Hallo YouTube und ein herzliches Willkommen zu meinem allerersten Let's Play Video. Wir spielen heute Floyd, es gibt noch Helden. Ein Podium-Click-Adventure von 1997 glaube ich. Und an der Stelle auch einen ganz dicken Gruß an Philipp, der mir das Spiel empfohlen hat. Ich mache einfach mal ein neues Spiel und wir schauen uns das Intro an. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Fliegende Buchstaben und Adventure Soft. Ob es die wohl noch gibt? Ja, wahrscheinlich nicht. Wir sind ja gerade in einer grisigen Explosion gestorben. Ich schätze mal, das ist unser Hauptcharakter, der hier gerade angeflogen kommt. Und, ähm, okay. Ah, nach Kornkreise. Heinz? Ist da draußen jemand? Bestimmt wieder diese Schnösel aus der Stadt. Bitte in der Nacht. Die haben unser Vogelzeug umgeniedet. Ach, das Jungvolk, der ist hasse ich. Mit seiner Ami-Schlitte. Jetzt mach ihnen doch endlich mal Feuer unter mir hin. Ich seh nix. Ich verstecke sich irgendwo. Ei, macht ihr euch vorm Acker? Halt mal einen Moment die Klappe. Da ist wer. Wo? Ein Dorf Feld. Unser Korn ist ja platt. Ah! 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 Okay. Soweit ich das gesehen habe, kommt da jetzt gleich noch ein weiterer Teil vom Intro. Aber jetzt nehmen wir erstmal wer hier alles mitgearbeitet hat in dem Spiel. David Jeffreys, David Cockburn und ganz viele andere, die, ähm, ja... niemand kennt. Aber ihr seid hier verewigt. dieser wunderschönen Creditscreen Ich habe das Spiel ja noch nie gespielt das heißt, ich spiele das hier vollkommen blind Ich habe es vorhin einmal gestartet, war am ersten Bildschirm um zu testen, ob die Aufnahme funktioniert, aber ansonsten weiß ich eigentlich überhaupt nichts darüber Ah, da geht es schon weiter Da lacht er immer noch Na gut, wenn Warnungen sehr spezifisch sind Eintritt Asteroidengürtel Zusatzmanöver erforderlich Bitte warten Optionsprüfung Aktiv Bitte warten Bitte warten Das ist alles Einen schönen Ort Man sieht auch, in der Zukunft gibt es noch das Äquivalent zur Windows-Sanduhr Ja, weil es ist eigentlich die Gegenwart Ich sage es zumindest so von der Erde her so aus Asteroid-Monsterklasse Oder sagen wir mal das Jahr 1997 Was ja immerhin inzwischen schon wieder 16 Jahre her ist Vorderflag aktiviert Oh ja Oh ja Oh oh Es ist eine richtige Frage Wo landet er noch? Warnung! Ufo in Anflug! Ups! Fertigung 50 Prozent. Also das Intro ist auf jeden Fall schon mal länger als ich erwartet habe. Ich habe das vorhin immer übersprungen. Einfliegendes Fahrzeug, Landung freigegeben, Dock 43. Ich hoffe ihr nehmt mir das nicht übel, dass ich hier jetzt einfach drüber rede, aber so viel Text ist ja wirklich nicht. Eine Sonde, ja. Ich muss unverzüglich einen Vollstrecher gemeldet werden. Danke für den Ratbürger. Das ist ja interessant. Die Sonde ist offenbar nicht vom Konzern gebaut worden. Ihr Kurs führt direkt. Direkt durch diese Anlage? Ach so. Natürlich ist ja nicht so schlimm. Die ist bestimmt gut gepanzert. Oder auch nicht. Plötzlich war sie einfach da. Äh, was? Er? Die Sonde, von der ich dir erzählt habe. Ich dachte es war ein Meteor. Ich bin durch einen Meteorsturm geflogen, als ich auf das Ding stieß. Blödsinn, das kann nicht sein. Das war keine von unseren. Eine fremde Sonde? Könnte sein. Wenn es keine von unseren war, muss es... Ich meine, sie sah nicht aus wie eine von unseren. Was hast du überhaupt in einem Meteorstrom zu suchen? Das verstößt gegen den Weisungskatalog. Ich wollte bloß ein bisschen Spaß. Erzähl das mal den von Streckern. Die sind schlimmer als die Stasi. Stasi? Das habe ich aus einem Erdfilm. Ich finde, es passt hervorragend auf den Konzern. Immer noch so erdverbunden? Ich mach nur meinen Job. Und du hast sogar einen Preis für deine Haferkringel bekommen. Es heißt Kornkreise. Ich finde meine Auslegung besser. Nächster Halt, Ministerium für galaktische Unsicherheit, Abteilung Kornkreise. Okay, wir sehen uns mal. Das Ministerium für galaktische Unsicherheit. Oh Mann. Da bin ich mal gespannt, was das so produziert. Ja, ich glaube so das erste Video wird einfach mal nur Intro. Ah, Floyd bequemt sich auch mal her. Das kommt in deine Akte, sei dir sicher. Was ist passiert? Eine verirrte Sonde hat unser Büro ein wenig umgerohnt. Ist was kaputt gegangen? Soll das ein Pferd sein? Ich... Ich muss jetzt los. Du sollst zu einem Briefing in die Zentralkontrolle kommen. Weiß man, wie es passiert ist? Noch nicht. Aber ich möchte nicht der Schuldige sein. Der Konzern ist recht humorlos, was solche Dinge angeht. Na toll. So, da sind wir endlich im Spiel. Los geht's. Und wir können jetzt hier herumlaufen. Und soweit ich das gesehen habe, kann man auf dem ersten Screen nichts machen, als hier reinzugehen. Woraufhin noch eine weitere Sequenz erscheint. Ach du Schande! Joa. Das ist ganz schön fett, dass er sich da so reinquetschen muss. Ich aktiviere am besten die Autoreparatur. Andererseits spricht einiges dafür, die Finger davonzulassen. Ja, bei deinen Reparaturfähigkeiten lass mal lieber sein. So, jetzt haben wir endlich volle Kontrolle hier über das Spiel. Können rumlaufen und Sachen tun. Wenn man hier rechts klickt, kann man durch die verschiedenen Optionen durchschalten. Also das hier ist wohl anschauen. Das rote Licht zeigt an, dass Nachrichten drauf sind. Ja, und der Bildschirm auch. Dann haben wir hier Aufnehmen. Funktioniert. So, das müsste jetzt doch hier irgendwo in meinem Inventar sein. Grüße. Ist es. Grüße, Orakel. Ich will es anschauen. Mein liebstes Souvenir. Ich habe die Puppe von meinem letzten Erdtrip mitgebracht. Na toll. Und wen stellt sie dar? Zu wenig Pixel. Wir brauchen mehr Pixel. Ähm, dann das hier ist wohl benutzen. Grüße, Bürger. Du hast drei Nachrichten bekommen. Was von meiner Mutter? Bestimmt. Sage Start, wenn du mich abhören möchtest. Ansonsten sage Stopp. Start. Du brauchst wirklich ein Update, Kumpel. Tut mir leid, Bürger. Ich verstehe nicht. Sage Start, wenn du mich abhören möchtest. Ansonsten sage Stopp. Start. Start Nachricht 1. Ich bin deine Mutter. Findest du dich doch noch, ja? Ich wollte fragen, wann du mich mal wieder besuchen kommst. Es ist so lange her, dass ich schon nicht mehr weiß, wie du aussiehst. Zwei Orbits, genau. Ruf mich an, wenn du mal Zeit hast. Ende der Nachricht. Wir sehen schon, bei den Aliens ist alles wie daheim. Ah, der Nachrichten. So, ihr Freund, dein Allrad ist fertig. Ähm, neuer Kardan, neuer Yaz-Zug, neuer Motor. Aber an dem Hyperantrieb kann ich nicht viel machen. Man kommt einfach nicht an die Zeile. Ich liefere die Rechnung und die Kiste später ab. Noch einen schönen Orbit, Bürger. Ende der Nachricht. Start Nachricht 3. Noch mal Mutter. Ich wollte nur sagen, dass ich hier bin, falls du doch vorbeikommst. Da lässt er schon den Kopf hinten. Und es läuft gerade, guter Orbit, schlechter Orbit. Tut mir leid, wenn ich dich belästige. Bis dann. Und wie auch auf der Erde, muss man immer irgendwas reparieren, wenn man schon heimkommt, wa? Nein, das hat mir noch gefehlt. Rechnungen und Schuldgefühle. Tjo. Ja, das mal benutzen. Und das letzte hier, dann wohl kombinieren sein. So, was kann man denn hier kombinieren? Ähm, 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 was ist das denn hier überhaupt? Die Privatschublade des Professors. Privatschublade? Na, da würde ich ran. Ähm, mach mal auf. Die private Schublade des Professors. Da kann ich doch nicht einfach rangehen. Klar, kannst du da einfach rangehen. Ähm, na gut. Okay, äh. Äußerst nützliches Gerät, wenn es denn funktioniert. Aber was tut es denn überhaupt? Das hättest du mir jetzt auch mal sagen können. Ähm, nutzen wir es. Das Ding betrete ich nicht. Ein kaputter Teleporter kann deine Moleküle völlig umsortieren. Aha, ein Teleporter, okay. Ähm, ja, wenn man hier über Objekte fährt, die man benutzen kann, dann, äh, macht er hier Fingerübungen. Das ist schon mal sehr nützlich. Dann, das erleichtert einem wenigstens den Bildschirm hier abzusuchen nach Objekten, die was bringen. Ähm, ich finde allerdings jetzt nicht so viel hier ansonsten. Joah, draußen sah es ja jetzt auch nicht so aus, als gäbe es da noch was. Ich versuche mal raus zu gehen. Ah, na also. Da ist unser, ähm, Allrad geliefert worden. Das kann man aber jetzt bestimmt benutzen. Benutzen? Nein, nicht nehmen. Ja, benutzen. Zu Widerhandlungen der Sicherheits- und Kleidungsvorschriften beim Lenken eines offenen Fahrzeugs ist ein Verstoß gegen Weisung 6343. Ja, und? Was soll ich da jetzt dagegen machen? Ei, ei, ei. Immer nur beschweren, beschweren. Ähm. Lass mal ansehen, das Rad. Mein Motorrad. Mhm. Was hat er beim Aufnehmen gesagt? Selbst wenn ich es könnte, warum sollte ich das tun? Ähm. Laut Weisung 742 ist zu spät kommen bei einem Vorgesetzten ein Vergehen. Ich sollte jetzt wirklich los. Ja, da will ich doch. Also du benutzt doch das Ding. Ich habe heute bereits eine fette Rechnung und einen fetten Eintrag in die Akte bekommen. Es ist nicht nötig, dem noch einen Verstoß gegen die Kleidervorschrift zuzufügen. Okay, okay, okay. Du brauchst andere Kleidung. Alles klar. Ähm. Aber... Hier gibt's drinnen doch keinen Kleiderschrank. Ähm... Grüße, Bürger. Was haben wir denn hier alles? Ach ja, das habe ich... Ähm. Oh. Ups. Wenn man mit der Maus an den Bildschirmrand geht, dann schließt sich das Ding. Grüße, Bürger. Das hier habe ich vorher schon gesehen. Das ist eine Enzyklopädie mit jeder Menge Einträgen. Zwar wirklich jeder Menge Einträgen. Ähm. Und noch mehr Einträgen. Und überhaupt... So. 6343 war doch die Weisung über die Kleiderordnung. Weisung 6343. Bürger, die offene Fahrzeuge fliegen, dürfen keine Arbeitskleidung des Konzerns tragen. Das Tragen eines Helmes ist Pflicht. Okay. Alle brauchen einen Helm und wir brauchen andere Kleidung. Können wir nicht die Kleidung der Puppe zum Beispiel nehmen? Toll. Und was nützt mir das? Ja. Pfff. Weiß ich doch nicht. Grüße. Können wir die Puppe benutzen mit irgendwas? Ich teste ihn damit. Ja. Gute Idee. Ähm. Ist ja ein toller Teleporter. Gut. Aber ich schätze mal die Kleidung hätten wir damit, wa? Ja. Sehr wunderschön. Ähm. Grüße, Bürger. Ah ja. Hat die Jacke genommen. Die möchte ich doch anziehen. Mhm. 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 Guck mal trotzdem, ob er es vielleicht trotzdem jetzt schon losfliegt. Vielleicht ist ihm die Helmordnung ja egal. Also... Nein, nicht nehmen. Äh, benutze. Der Helm ist noch da drin. Der Helm ist noch da drin. Wo ist der Helm drin? Selbst wenn ich es könnte. Im Haus. Ja, wo denn? So, jetzt wäre so eine Hotspot-Anzeige halt schon sehr praktisch. Einfach nur, um zu sehen, ob hier irgendwo noch was ist, was ich benutzen kann. Ah! Da haben wir doch was. Eine Klappe, eine Tür. Ein Schrank. Da ist bestimmt der Helm drin. Ja, sag ich doch. Nehmen wir natürlich mit. Und setzen wir auch gleich auf. Dafür wird er bestimmt wieder rausgehen. Ich setze ihn auf, wenn ich muss. Ja, ist okay. Und mit dem langen Intro sind wir damit eigentlich schon wieder ganz ordentlich dabei mit der Zeit. Ich würde dann an der Stelle einfach mal einen Schnitt machen. Und ich sehe euch wieder in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst eine gute Bewertung, Thumbs up oder Kommentare, damit ich motiviert bin, hier schnell weitere Folgen zu machen. Äh, so vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ja. Ja. Ja.